Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von SIGGI fotografiert in München die Spots, die vorhin schon zigzehntausend andere Fotografen fotografiert haben. Ich starte jetzt gleich los mit dem allerersten Fotomotiv und zwar bin ich in Nymphenburg an dem Nymphenburger Kanal und da möchte ich den Hubertusbrunnen aufnehmen. Und zwar habe ich jetzt die Kamera genau mittig aufgestellt, hier oben auf der Brücke, damit kann ich jetzt supergut vorschießen auf den Hubertusbrunnen. Links, rechts, neben dem Brunnen sind so zwei Straßenlaternen zu sehen und die möchte ich gerne mit so schönen Blendsternen einfangen. Deswegen schließe ich meine Blende, sagen wir mal auf eine F14. Doch, F14 wäre cool. Ich muss jetzt auch noch die ISO hochdrehen auf ISO 400 und belichte 30 Sekunden lang. So und ich zeige euch jetzt mal meine Einstellung an der Kamera. So, wie schon erwähnt, ich bin auf einer 30-sekündigen Belichtungszeit, Blende 14, ISO 400, habe manuell anfokussiert, habe eine Auslöseverzögerung von zwei Sekunden drin und schieße die Bilder im RAW-Modus. Das ist klar, weil ich will die Bilder auch im Nachhinein erst bearbeiten und entwickeln. 30 Sekunden ist schon eine lange Zeit, aber... BAM! Geil! Also die Blendsterne sind richtig schön zu sehen und das mit den Ecken ist auch richtig stimmig. Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt trotzdem mal auf einer kürzeren Brennweite zu shooten. Ich gehe dafür hier in mein Night-Modus oder Bright-Monitoring, um das Ganze hier so ein bisschen einstellen zu können. Okay, gut. Ich habe jetzt ein bisschen weiter rausgezoomt und mache auch das Foto mal auf 30 Sekunden. Aber hier sehe ich schon, ich habe einfach die Autoscheinwerfer, die mir entgegenkommen. Sieht nicht so besonders gut aus. Aber ich mache es trotzdem mal. So, und mit dem Tamron bin ich massiv flexibel und jetzt zoome ich mal komplett ran auf 180 Millimeter. Mal schauen, wie das Bild kommt. Und nicht vergessen, man muss beim Zoomen, also danach immer wieder manuell nachfokussieren. Jetzt bin ich da richtig nah dran an dem Tempel. Aber lang stehe ich hier nicht mehr, weil ich friere gleich ein. Wow! Kann sich sehen lassen. Jetzt geht es weiter zur nächsten Location. So, okay. Jetzt bin ich hier am Schwabinger Tor, am Anfang der Leopoldstraße. Und das hier ist eine relativ neue Tramhaltestelle. Und auch hier mache ich mir die Linien unten am Boden, also die Führungslinien, zunutze. Und zwar platziere ich die genauso wie vorhin am Kanal auch mal in die unteren Ecken und hoffe, dass das ganz geil aussieht. Jetzt warte ich noch, bis eine Straßenbahn von vorne reinkommt und dann habe wir auch noch so ganz schöne Lichterspuren. Jetzt kommt gerade eine Straßenbahn hier durchgefahren. Das geht schon. Willst du das bitte weg tun? Ja. Dankeschön. Dieser Bahntraste und nicht irgendeinem Fotodienst da. Kann auch noch die Tasche weg tun. Bitte knieße hier ganz weg in der Mitte von den Gleisen, bitte nicht stehen. Alles klar, mache ich. Dankeschön. Dann mache ich. Ja, ich hatte jetzt zwar eine tolle Idee mit der Platzierung da in der Mitte, aber der Tramfahrer hat mich gerade komplett hier verjagt. Also hier darf man nicht in der Mitte stehen und fotografieren. Ich habe das Foto jetzt trotzdem gemacht. Ich bin jetzt zwei Meter weiter nach rechts gerutscht mit meinem Stativ und warte jetzt auf die nächste einfahrende Tram, um diese schönen Fahrspuren, Lichtspuren, ich weiß auch nicht genau, wie man die nennt, einzufangen. Und wenn die jetzt von hinten so kommt, die Tram, ist das eigentlich mein Ziel, die dann auch gescheit aufzunehmen. Jetzt mache ich auch gerade zeitgleich ein Bild von der Tram, die gerade reingefahren kommt. Sieht auch super modern irgendwie aus. Und da geht es jetzt eigentlich darum, hier an diesem Spot in der Nacht bei minus 10 Grad oder am Abend bei minus 10 Grad hier irgendwelche schönen Lichtspuren und gute Architektur einzufangen. Die Finger frieren echt langsam ab, aber ich hoffe jetzt ganz sehr, dass irgendwann nochmal eine Tram reinkommt. Und zwar von hinten. Ah doch, da kommt eine, vielleicht fährt die jetzt hier rein. Ich fotografiere das Ganze jetzt auf 8 Sekunden. Blende 22 mit meinem neuen GM Objektiv. Oh, es geht gleich los. Ich habe manuell fokussiert und drücke jetzt drauf. 3, 2, 1 und 8 Sekunden Belichtung. Jetzt kommt sie rein gefahren. Jetzt bin ich gespannt, ob das so klappt, wie ich will. Bäm! Geil! 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 Es hat genauso hingehauen, wie ich wollte. Ganz genauso. Also nochmal Einstellungen. Ich habe Blende 22 gewählt, dass ich diese schönen Brennsterne von den Straßenlaternen hier drauf bekomme. Ja, 8 Sekunden belichtet. ISO, was habe ich? 400. Ich zeige euch das Bild in groß. Oh! Und ganz wichtig ist auch noch, ich mache alles im RAW-Format. Das heißt, ich bearbeite die Bilder und das Bild, was ihr jetzt auch seht, ist ein JPEG, ein bearbeitetes JPEG. Die sind nicht out of camera so. Ja? Weil die Frage kommt immer wieder. Okay, jetzt geht es weiter Richtung Siegestor. Ich habe jetzt nochmal das 1635 G-Master drauf. Die Linse ist nagelneu und ich freue mich langsam damit an. Ist echt ein geiles Ding. Ja, und jetzt hinter mir steht der Running Man. Hier an der Leopoldstraße. Den werde ich jetzt aus der Hand aufnehmen. Ich möchte jetzt hier nämlich kein Stativ aufbauen, weil ich nicht genau weiß, wie viel Sekunden Zeit ich habe, bevor ein Security kommt und mich hier wegjagt. Oh, das ist eine schöne Perspektive hier mit dem Schnee. Da haben wir jetzt auch mal Autofokus. Mal schauen. Oh, die Perspektive kommt geil. Ich muss noch ein Stückchen weiter zurück. Okay, cool. Drei, zwei, eins. Bam! Ich drehe jetzt im nächsten Bild mal die ISO wirklich hoch. Mal sowas auf 4000 und schließe die Blende auch ein bisschen. Ist für mich stimmiger. Jetzt schaue ich mal nochmal, ob wir es gut hinkriegen. So, drei, zwei, eins. Boom! Boom! Ich habe die Blende halt jetzt ein kleines bisschen mehr geschlossen, um einfach ein schärferes Bild hinzukriegen. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Das war jetzt der Running Man. Macht aber echt Spaß, hier in München zu fotografieren. Vor allem jetzt, wo wenig los ist. Bei der Kälte geht auch keiner raus, außer ich vielleicht. So, weiter geht's. So Leute, mein Equipment und auch ich frieren langsam komplett ein. Ich bin jetzt nochmal 200 Meter weiter runterwärts gelaufen zum Siegestor. Und das nehmen wir jetzt nur mit auf. Hier bietet sich vielleicht auch wieder an, mit Lichterspuren irgendwas zu machen. Und jetzt schauen wir mal, auf was für eine Brennweite. Oh yeah! Ich habe eine Position gefunden. Ich musste jetzt ein ganzes Stück weiter hervor, weil ich sehr, sehr weitwinklig wieder fotografieren will. Ich mache das Bild jetzt auch mehrere Sekunden lang, um diese schönen Autospuren mit drauf zu kriegen. Erstmal hier ein bisschen umräumen. Weil, ich glaube, in München muss man auf sein Equipment aufpassen. Die Leute zocken hier, glaube ich, schon eher. Und wenn ich hier so abgelenkt bin, ist das besser, das Equipment im Blick zu haben. Hier möchte ich jetzt auch wieder die schönen Laternen als Blendsterne aufnehmen. Das bietet sich an. Und schaue jetzt erstmal, dass ich mittig stehe. Gehe vielleicht noch ein Stückchen näher ran. Wow, das sieht schon echt klasse aus. Und ich muss ja sagen, gerade die Blendsterne, die fand ich jetzt bei meinem Samyang 14mm nicht ganz so schön. Das G-Master kann da, glaube ich, echt mehr. Aber wir mal gucken, wie es wird. Jetzt fokussiere ich das Ganze mal schön scharf. Sieht gut aus. Jetzt gehe ich auf Blende irgendwas 20, sowas. Oh, da habe ich jetzt echt Bock drauf, auf das Foto. Das ist wieder ganz interessant. Man muss halt hier so ein bisschen die Ampelphasen im Blick haben. Und der Schnee reflektiert schon unheimlich jetzt hier in der Nacht. Am schönsten wäre es jetzt, wenn hier direkt vor mir ein Auto einmal durchfährt. Das fände ich am schönsten. Aber da kommt gerade nichts. Das ist schon 20 Uhr. Ich meine, die Leute sind alle daheim. Aber mal gucken. Also, ausgerichtet ist die Kamera. Ich stehe jetzt auf Blende 18 mit einer ISO 160. Aber es kommen einfach nicht viele Autos von vorn. Dabei ist es noch arschkalt, ey. Und da zu warten, aber mal schauen, für das Foto muss es jetzt echt mal sein. So, die ersten Autos kommen jetzt durchgefahren. Jetzt mache ich das erste Bild. Eins ist hier durchgefahren, gut. Oh, geil! Cool, ich habe die Bremslichter vom vorbeifahrenden Auto drauf bekommen. Ey, das war der erste Shot. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen machen soll. Jetzt machen wir mal einen. Vielleicht kommt ja aus Zufall nochmal ein Auto hier durchgefahren. Na, das soll nicht sein. Schade. Aber hey, der erste Shot war es schon. Ich schaue es mir mal kurz an. Das Auto ist auch nicht zu schnell durchgefahren. Somit haben die 8 Sekunden sich echt bewährt. Das ist echt gut. Ein bisschen Erfahrung habe ich schon damit, mit den Strichspuren. Und irgendwas zwischen 5 und 8 Sekunden sind immer super. Ne Freunde, ich lasse es jetzt bei diesem einen Foto. Das war jetzt echt ein Glückstreffer, dass es gleich geklappt hat. Und ich gehe jetzt weiter zum Königsplatz. Bringt ja nichts, hier noch rumzustehen und sich einen abzufrieren. Cool, ich packe zusammen. Ey, so macht es halt echt Spaß. Wenn man aufbaut, hat einen Shot. Bam! Und da ist was geworden. Also, weiter geht's. Im Eiltempo. So, jetzt ist es auch an der Zeit, wirklich mal Danke zu sagen. Danke an euch. Weil ich weiß, gerade ihr, die bis zum Schluss dran bleibt, habt auch viele andere Videos von mir schon angeschaut. Und mit eurer Hilfe habe ich die 10.000 Abos jetzt im Februar geknackt. Vielen, vielen Dank. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich habe zwei Jahre dafür wirklich Tag und Nacht eigentlich gearbeitet. Ich habe mir diese Zeit für die YouTube-Videos wirklich aus meiner Freizeit rausgeschnitten. Und saß viele, viele Nächte am Rechner. Weil vor allem der Schnitt dauert unheimlich lang mit diesen 10 oder 15 Minuten Videos. Aber die ganzen vielen, vielen positiven Kommentare haben mich einfach so was von motiviert, da durchzuhalten, weiterzumachen. Und so stehe ich auch hier bei minus 8 Grad oder sowas am Königsplatz und nehme dieses Video auf. Aber das soll jetzt der allerletzte Shot sein für heute. Und ich bin schon wieder ganz heiß auf meinen 1635 G-Master. Das ist echt eine geile Linse, weil damit habe ich echt die Möglichkeit auch Bilder jetzt am Abend teilweise auch aus der Hand zu machen, weil die 2,8er Blende ist einfach richtig, richtig gut. So, jetzt hier am Königsplatz. Da stechen mich halt diese Säulen, die ihr hinter mir seht, voll ins Auge. Und da will ich jetzt mal schauen, ob ich die vielleicht im Hochkantformat aufnehmen kann und ballere in diese Richtung Richtung Straße. Jetzt ist wirklich kein Verkehr mehr und ich mache es aber mit Stativ, weil da kriege ich Ruhe rein. Und jetzt auch bei Minusgraden ist es total geil, dass dieses Stativ diesen Schaumstoff hier oben an dem Carbon hat. Oh, das ist Gold wert. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können mit den Säulen. Vorhin habe ich noch so richtig gehadert, fahre ich nach München rein bei der Kälte. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe und dass ich nicht auf der Couch geschimmelt habe, man. Ja und auch mein Tipp, wie schafft man 10.000 Abos auf YouTube? Ist ganz einfach, man muss mehr produzieren anstatt konsumieren. Also, eigentlich easy. Man muss es nur machen und durchhalten. Okay, was können wir hier machen? Auf 16mm? Okay, 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 okay. Was machen wir denn da? Hilfe! Hilfe! Ist das krass! Oh, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das so eine gute Entscheidung hier ist. Ja, extrem schade ist, dass ich die Straße mit den Laternen einfach nicht schön aufnehmen kann. Ich könnte jetzt hier eigentlich nur die Säulen fotografieren. Ne, Leute, so ist es. Der Spot, den habe ich mir besser vorgestellt. Na, das schaut hier nach nichts aus. Wisst ihr was? Bevor ich hier irgendein 0815-Foto mache, mache ich gar keins. Und das gehört halt auch dazu. Hier fehlt mir jetzt irgendwie die Perspektive. Irgendwie passt irgendwas nicht. Vielleicht bin ich einfach nur auch zu durchgefroren. Aber das sollte von mir hier in München gewesen sein. Das war Teil 2. Wenn ihr Bock habt, noch mehr von München zu sehen, schreibt es unten in die Kommentare. Dann mache ich noch ein Video. Aber jetzt verabschiede ich mich von euch. Gebt mir gerne ein Like für das Video oder abonniert meinen Kanal für die neuen Zuschauer. Jetzt sage ich Servus, euer Sigi vom Ammersee, heute aus München. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.